Ich finde es cool, dass man mit der Jürgstadt vergünstigt ins Hallenbad, im Sportzentrum gehen kann. Dass man vergünstigt Pizza essen im Argosiel. Und dass zweimal pro Saison eine grosse Party organisiert wird für die Mitarbeiter. Mit der Jürgstadt-Cart bin ich spesso zu nuotieren, in der kommunale piscine hier in Saanen. Ich bin an die Staff-Party, die beim Gringo machen, die Discoteca del Palace. Ein sehr schönes Ort. Und auch zu essen zu essen. Es gibt viele Steine. Es ist etwas, was wirklich immer benutzt wird. Bei der Jürgstadt haben wir so eine Karte. Und wir haben viele Vorteile. Jürgstadt hilft mir bei der Wohnung zu suchen, bei der Job zu suchen. Jürgstadt hilft mir bei der Wohnung zu suchen, bei der Job zu suchen. Jürgstadt ist eine gute Plattform, um verschiedene Informationen zu haben. Es gibt viele verschiedene Preise und Rates. Zum Beispiel auf Fitness oder Restaurants. Es gibt viele gute Offen.